Was geht ab YouTube? Willkommen zu meinem... Was geht ab YouTube? Willkommen zu meinem YouTube-Blogger, meine lieben Freunde. Willkommen zum ersten Video auf diesem Account mit einem Ramadan-Vlog, meine lieben Freunde. Es ist der gesegnete heilige Monat bei uns Muslime, meine lieben Freunde. Auf ein schönes Fassen, auf eine schöne Zeit, auf eine gesegnete Zeit in diesem Monat, meine lieben Freunde. Ich freue mich sehr, sehr drauf, diesen Monat für euch am Start zu sein. Ich habe mir vorgenommen, auf YouTube Videos zu machen, ne, so, zu vloggen. Wir gehen jetzt auf jeden Fall einkaufen. Ich werde später auch noch trainieren, vor Iftar. Ich nehme euch einfach jetzt am Tag mit, Leute. Es werden jetzt Ramadan-Vlogs kommen. Ramadan-Specials, dies, das. Ja, worauf freust du dich am meisten? Ich freue mich auf die Lives, auf jeden Fall. Nachts und abends mit euch zusammen. Und meine Frau ist so, was sich dabei ergibt. Genau, Leute, das Ding ist, Legion ist krank, er hat Fieber. Was hast du alles? Erklär mal, was ist los bei dir so. Also ich habe Fieber, ich habe Husten, Halsschmerzen, Schnupfen, Schüttelfrost. Junge, was ist noch alles? Auf jeden Fall hast du eine dicke Wange, zeig mal deine Wange. Er war beim Zahnarzt, Leute. Seine Wange ist angeschwollen auch noch. Also der hat überall Probleme, der Junge. Ich hoffe, er wird schnell wieder gesund, Alter. Ja, weil, damit du wieder trainieren kannst, ne? Er hat jetzt seit vier, wie lange hast du jetzt nicht mehr trainiert? Drei, vier Tage oder so. Vier. Du bist richtig aus dem Rhythmus gerade wieder raus, ne? Wir haben auf jeden Fall eine Einkaufsliste, die kriegen wir von unserer Mutter gleich per WhatsApp zugeschickt, meine lieben Freunde. Und dann kaufen wir gleich erstmal was ein. Ich nehme euch einfach am Laufe des Tages mit, quatsche ein bisschen. So, das sind einfach Videos, die könnt ihr euch anschauen, Leute, wenn ihr isst. Wenn ihr zum Beispiel nach Iftar oder so einfach chillen tut oder so nach dem Essen. Oder für die Leute, die auch nicht fasten, einfach nur, wenn ihr Abendessen ist oder Mittagessen oder sonst was, könnt ihr euch einfach das Video hinstellen und einfach Fooden dabei. Jetzt geht's ab zum Einkaufsladen. So, das ist unsere Einkaufsliste. Jetzt nichts Besonderes, ne? Aber das schüttelt unseren Hunger. Let's go. Ich wollte auf jeden Fall versuchen, jetzt zu Ramadan Zeit, mich gehindert zu ernähren. Ich habe mir vorgenommen, keine Süßigkeiten zu essen. Das Ding ist, verlangen ist gerade beim Fasten sehr, sehr groß, Süßigkeiten zu essen, Alter. Kennst du was, wenn man richtig Bock hat auf Süßigkeiten einfach nur? Ja, Mann. Ich würde am liebsten einfach nur Schokolade alles reinballern, Chips, Kekse und so, Leute. Deswegen, also, ich muss mich zusammenreißen dieses Jahr. Nicht so viel Brownie-Eis essen, ne? Sondern lieber Äpfel, Birnen, Orangen und halt Obst einfach generell. Wir haben zu Hause so eine Maschine, da können wir so richtig Saft draus, Zitronen und Orangen rauspressen. Und ich werde mir später so geile Orangensaft machen. Einfach nur komplett aus originalen, 100% Frucht gehaltigen Orangen, Alter. Einfach Orangensaft. So sieht das Ganze doch vernünftig aus. Jawollo. Ja, moin, die haben so Fruchtmischabende, Leute. So sieht's aus. Leute, bis jetzt ist alles gesund auf jeden Fall. Leute, Datteln dürfen nicht fehlen. Ich bin kein Fan von diesen Datteln. Ich mag eigentlich eher die vom türkischen Laden. Die werde ich wahrscheinlich später auch holen. Aber Leute, es gibt nichts Geileres, beziehungsweise nichts Besseres, als das Fasten zu brechen mit einem schönen Glas Wasser. Eine Dattel. Unnormal krass. Weißt du noch, als Benzema Champions League gespielt hat? Was hat er gegessen, bevor er Champions League gespielt hat? Er hat drei Datteln gegessen, ein Glas Milch getrunken. Und dann hat der Champions League Halbfinale oder Finale oder so ein, zwei Tore geschossen, weiß ich noch. Deswegen, Leute, da seht ihr, was für eine Kraft Datteln haben. Datteln sind gesund. Sehr viel Proteine, sehr viel halbzeitige Atem davon. Leute, ich hab keinen Plan davon, aber er ist gesund auf jeden Fall. Ich muss so, mit Augen zu, Leute, weg da. Ich darf das nicht anschauen. Ich darf das gar nicht jetzt angucken. Leute, übrigens auch Outfit-Check, ne? Haben wir ganz vergessen. Das Outfit von meinem Bruder. Warum stehst du wie so ein NPC? Bewegt dich doch. Das Outfit von meinem Bruder, sehr nice, finde ich. To be honest, zeig mal mein Outfit. Yeah. Was heißt zu meinem Outfit, Leute? Nichts Besonderes, nur so oft chillig, so, aber für Einkaufen geht. Gut, seid's mal ehrlich, Leute. Seid's mal ehrlich. Müllermilch Zero ist der Shit. Selbst Müllermilch trinken wir Zero. Selbst Müllermilch. Diese Radiomusik macht mich traurig, Alter. Ich hab eigentlich nur Radio gehört, weil die geredet haben. Ich weine gleich einfach. Ich bin jetzt bei mir zu Hause. Ich hab jetzt eine Tüte voll mit Sachen, vollgepackt hier. Für die nächsten Tage, Leute. Ich hab hier noch Easyway Zero Clear, so, irgendwas. Ich will jetzt diese Woche noch krasser mit Sport durchziehen. Kreatin, ich sag mal so. Ich werd jetzt heute mein erstes Workout machen. Ich glaub, ich werd so ein einfach H&T, H&T, Workout machen von Sascha Huber, so High Intensity. Ein bisschen Liegestütze noch danach, dies, das, bla, bla. So ein bisschen mit eigenem Körpergewicht. Nächsten Tage geh ich auf jeden Fall auch ins Fitnessstudio und zieh da durch. Ich will einfach nur mit Sport auf jeden Fall diesen Monat noch krasser durchziehen und noch krasser durchwachsen. Und dann nächsten Monat, wenn ich wieder auch normal essen kann, umso mehr dann trainieren. Hab mir das als Ziel gesetzt. Bin fett geworden, geht nicht mehr, yo. Leute, dieser Typ ist offiziell verrückt. Er ist krank, aber kann es nicht sein lassen, etwas mit dem Ball zu machen. Er muss jeden Tag was mit dem Ball machen, den Ball spüren am Fuß. Das ist wie eine Sucht. Dieser Typ ist krank. Also, er hat Schnupfen, er hat Fieber. Vorne mal ruft er mich und ich seh ja schon seit 20, 30 Minuten draußen mit dem Ball am Spielen. Einfach nur verrückt. Und ich bin einfach hier nur am Chillen und guck ihm jetzt ein bisschen zu. In einer Stunde ist Yves da. Ich überlege, davor einen Workout zu machen, halbe Stunde oder sowas, Leute. Halbe Stunde Workout vielleicht und halbe Stunde Laufen, beziehungsweise nur Workout. Ich guck's mir an, mal sehen, wie ich drauf bin, weil ich bin echt sehr müde. Ich bin richtig erschöpft irgendwie heute. Ich glaube, das liegt daran, weil es der erste Tag vom Fasten ist. Man muss sich erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Aber ich habe auch gestern sehr, sehr wenig Wasser getrunken. Ich habe es gefühlt vergessen, Wasser zu trinken. Deswegen ist mein Mund auch den ganzen Tag unnormal krass trocken. Und ich sitze jetzt hier und schaue ihm noch ein bisschen mein Fußballspiel zu. Frische Luft wird auch gut, Leute, hier. So, Leute, kurz vor Iftar mache ich jetzt das 20 Minuten HIT-Workout von Sascha Huber. Ich zeige euch ein paar Ausschnitte, ein paar Szenen. Let's go, Alter! Jeder, der schon mal einen Sascha Huber-Workout gemacht hat, weiß, wie die einen auseinander nehmen. Fär mich grad auf, Leute. Wir sehen uns dann nach dem Workout mit dem Iftar. Ja, fär mich grad hier auf. Das kann das werden. Ich verhecke. HIT-Workouts, kein Spaß. Eine Ewigkeit später. So, Leute, ich bin jetzt frisch geduscht, satt gegessen. Ich werde mich jetzt eine Stunde ins Bett legen und chillen. Und dann geht es auch schon für mich live auf TikTok die ganze Nacht. Beziehungsweise auf jeden Fall vier, fünf, sechs Stunden. Ich wollte noch mal sagen, dass ich sehr, sehr dankbar bin dafür, wie der Stream gestern zum Beispiel lief jetzt wieder hier in der alten Location. Das macht mich auch noch mal glücklich, das zu sehen, wie ihr hinter mir steht. Ich freue mich jetzt auf die Ramadan-Zeit mit euch zusammen. Auf alles weitere auch, was nach Folgen wird, was ich vorbereitet habe. Mit Koch-Streams, mit Special Guests, halt Iftar-Koch-Streams. Das wird alles auch nochmal cool. Würde ich sagen, ich leg mich jetzt hin. Sonst würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, lasst gerne ein Follow da, Leute, wenn ihr Bock habt, auf mehr Vlogs, auf mehr Videos auf meinem YouTube-Account. Mit auch unter anderem den Typen hier. Like, kommentiert, lasst ein Follow da, Leute, danke fürs Zuschauen. Ich würde sagen, und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss.